Was ist denn hier? Das ist eine High-End... Wie heißt das? Wie wollte ich das jetzt? Die ganze Drehung! Das sah voll krass aus, ich war ein Clip davon. Ey, ich war auch Clip davon. Kannst nicht. Hallo? Geht das nur mit Pistole? Ja. Wenn du von Pistole aufs Gewehr wechselst, geht's nicht. Nein, nicht so. Guck mal, der Bug funktioniert so. Du musst hier rechts an der Ecke stehen und dann musst du hier hochlaufen und dabei die Waffe wechseln und dann schießen, spammt, dann geht's irgendwie. Wir spielen das. Alle Schild und Nachtsichtgerät nehmen. Wir spielen nämlich eine Map, die richtig schwer ist, wenn du sie halt ohne Schild und ohne Nachtsichtgerät spielst, aber... Anti Flash, glaube... Was ist das hier? Ach, das Nachtsichtgerät. Ich bin getrapped. Ich bin getrapped. Ich auch. Lauf zurück. Lauf zurück. Ah, jetzt. Ja, okay. Wer mal getrapped war. Die Idioten, Alter. Außer ein paar Werte. Ach, hat schon wieder geschossen? Ja, Cheater. Den melde ich, den reporte ich. So, also, denkt auch dran, ich nehme ein Video auf. So, dann. Oh. Oh, okay. Sprüge, mach Werbung. Mach Werbung. Mach Werbung. Mach Werbung für deinen YouTube-Trinnel. Schnell. Schnell. Das kann ich ja mit runter schreiben. Und mein Opa... Das schreibe ich ja... Ich grüße deinen Opa. Ich auch nicht. So, das ist ne... Oh, die Map ist sooo dunkel. Die Map ist richtig dunkel. Aber immerhin wissen wir, wie wir jetzt hochkommen. Ja, ja. Ist übrigens noch schwerer oben, weil es noch größer ist, als hier unten schon. Ja, auf Full-Auto. Ja, und Full-Auto vielleicht, ne? Ja, ja. So, passt auf jetzt. Du bist ja Profi. Papa weiß das noch nicht so ganz. Ich geh vor. Mit Schild. Ja, ne Schild auspacken. Wo ist einer? Ja, der Rest ist glaub ich einer. Ich hab meinen Vater äh... Letzte Runde geflamed. Geht da jemand rein in den Gang? Mal gucken, klar. Ich. Ich hab meinen Vater letzte Runde geflamed, weil er ein... Hä? Ich komm nicht weiter. Ja, da musst du ein bisschen zur Seite gehen. Äh, ich hab meinen Vater letzte Runde geflamed, weil er einste Liste erschossen hat und ich hab mittlerweile in der Zeit einfach zwei erschossen gehabt. Hier ist nichts. Hier ist Sackkasse. Wenn du jetzt nur reingucken willst, nicht wirklich reingehen noch. Naja, um die Ecke konnte ich nicht gucken, Alter. So, okay, ich würde sagen... Blende mich mal nicht. So. Hey, du hast doch ein Nazi-Gerät auch. Naja, wenn du Licht an hast, an der Knarre, blendet's übelst. Ich überredet grad mit jemandem, hab ich so gehört grad. Aber kannst du mich mal blenden mit ner Waffe? Ich über. Na, das ist doch nis. Naja, geht eigentlich. Das war... 2-Later-Pointer, warte mal. Achso. Ne, höher ziehen. Siehst du das nicht? Wo ist dein Kopf? Das blendet ja gar nicht. Was? Willst du mich verkackern? Ne, das blendet hier nicht. Achso, doch, weil du Schilder anhast. Weil du das Schild hast, blendet dich das übertrieben. Achso, ja. Ohne Schild geht's. Jetzt nicht mehr, ne? Ja, das ist wegen dem Glas von dem Schild, blendet das. Schild, wir gehen... Oh. Oh! Was hast du gemacht? Er hat mich geschlagen, so wie ich dich letzte Runde, wo du dachtest, als ich dich abgestochen hab. Äh, ich würde sagen, jemand... Naja, okay, ihr lauft da lang, sichert das, und ich lauf hier lang und sichert das. Warte, ich geh mal mit dem Schild vor. Weil auch klein ist, die, glaub ich, ein bisschen besser, weil da... Weil hier laufen manchmal Terroristen einfach so durch die Kante. Wenn ihr mit dem Schild ganz schnell... Ah, da ist er. Ich hab auch jemanden. Oh Gott! Hey! Der hat's dagegen. Haha! Der hat sich dagegen. Ey, guck! Ich hab bloß ne Pistole gesehen. Der hat den Tag 9 gezogen. Warte mal, rennst du mit Schild rum, oder mit deiner Waffe? Ich... Ich hab'n Schild jetzt. Ich guck mal, hier ist noch ein Gang. Screeper. Hinter uns. Was? Äh, noch nicht hochgehen, Leute. Da kommt der gleich. Nee, der war hinter uns. Hier. Nee, nee, aber die Wege... Äh, äh... Die... Kreuzen sich alle. Ah, okay. Ah, hier liegt ne Leiche. Hi! Oh Gott! Alter! Das bin ich! Das bin ich! Ich komm' hierher! Äh... Hier waren wir noch nicht drin. Wo? Hier? Nein! Nein, der kam hierher! Der kamst ihr doch her, oder nicht? Nee! Ja, wir kamen von da. Wieso ein Ding? Ja, aber da ist eigentlich keiner drinnen. Weil, wenn da am Anfang keiner drin ist, dann ist da keiner. Okay, Papa! Was? Komm mal her! Wo bist du? Ach, da. Ich muss erst mal gucken, wer von euch der Schuhe ist. Papa, du stellst dich jetzt hier hin und guckst, dass hier keiner lang gelaufen kommt, okay? Hier soll ich mich hin stellen? Ja, ja. Pass auf. Schreiber komm mit. Warum? Naja, weil wir hier, von der Seite ist besser rein zu gehen. Nee. Zu clean. Oh! Irgendwer hat Show me your hands gesagt, wer war. Ich? Ich wollte mal testen. Schreiber, pass auf. Das ist die Stelle, wo du... Aua! Junge, du... Was blockiert du? Ich hab gar nichts gemacht! Ja, ja. Ich schwein' auch. Ja, was? Ja, was? Du treiben wir sozusagen aus in so'n Dämon, Alter. Kalle! Das ist doch alles! Papa, Christus heben. Ich schmeiß' ne Granate rein. Die nehmen wir fest. Oh nein, was kriegen wir die Granate? Ich hab die Granate vor. Okay, wir haben ihn. Ich selbst gesprengt. Wir haben ihn, wir haben ihn. Alles gut. Schuhe, hast du ihn festgenommen. Schön. Schuhe. Äh, pass auf. Komm, komm. Nicht auf mich schießen. Okay. Ja, haben wir sehr gut gemacht. Bis jetzt. Okay. Ich würd' sagen, ich geh' die Treppen zuerst hoch. Hör ich ihn immer noch schnaufe? Ja, wissen wir auch, wo es lang geht. Das bin wahrscheinlich ich. Weil mir der Helm weggeballert wurde. Nee, wurde mir gar nicht. Ich bin dumm. Ja, wischt. Ja, hier können wir Night Vision ausmachen. Sonst blenden wir uns später die Augen oben weg. War das der einzige auf der Treppe? Nee, es kommen vielleicht noch mehr. Ja, aber es ist halt nicht immer, dass er hier spawnen. Ah! Ah! Tot! Äh, nicht, warte. Granate! Doch, warte, er ist tot. Nein, nicht Granatenwerfen hier drinnen! Scheiße, die Trottel! Na gut, dass ich Schild hatte. Das liegt doch gar nicht richtig. Warte, pass auf! Nicht nach... Ah! Ah, hab ich ihn getroffen? Hab ich ihn getötet? Dann noch ne Waffe. Oh! 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 Er ist ja alle tot! Skriger zum ersten mal ne Leiche gesehen! Geht doch nicht! Ich hab auch so ne Isophila! Kannst du mal aufhören? Du killst einfach! Nee, wer hat den Nerf in der Hand? Du bist ein Mörder! Skriger kannst du mich mal schlagen! Warum? Ich hab den, ich hab den Bug. Ja, ja. Ah, jetzt nicht, wenn ich ihn nicht mehr ne. Warte, wer stirbt soll? Hab dich schon mal geschlagen. Schade, schlag dein Schild! Tu mal das Schild ausrüsten! Nee, nee, ich hab's ja nicht mehr! Was? Ich soll nicht mehr! Hallo! Ja, hell! Ey, was hast du denn jetzt jemanden? Wer hat mich denn geboxt? Hallo! Was hast du denn nicht geboxt, ey? Wieso hast du mich denn geschlagen? Ich hatte das nur kurz. Jetzt ist die Mission gescheitert. Nee, ich sehe nicht. Also... Reportet ihr mich mal und packt meine Waffen ein? Hallo? Ja, hab ich doch. Deine Waffe ist eingepackt. Und hast du mich reportet? Joa! Und was knüppelst du mich? Niederhalle! Warum hast du mich noch weggeschlagen? Ja, aber dann hab ich gesagt, es ist weg, es ist weg! Und du hast es irgendwie... Das kam zu spät! Nee, ich hab's dir auf 5 Mal gesagt, du Kek, ey! Du wärst doof gelaufen, Erich! Ich glaub nicht, dass ihr das schaffen werdet. Es ist sehr schwer da oben. Aber vielleicht? Vielleicht habt ihr Glück? Wie er nur mit dem Schild rumrennt. Ist gar nicht rechtsklick gedrückt, ne? Wieso? Hast du einen Laser auf der Pistole? Mach den Laser an und halt rechtsklick gedrückt. Wie, du hast keinen Laser auf der Pistole? Ich hab keinen Laser auf der Pistole, Mann. Warum denn nicht? Ich hör ja was. Ey, der geht weg! Haha, der war weg jetzt so müde. Ey, nicht auf den Hof laufen, da seid ihr tot. Hm, das ist schlecht. Ja, da lang, glaub... Ne, warte! Äh... Da ist knapp. Ja, lauf da lang, wo Papa steht. Links ist so ein Typ. Ne, der ist weggerannt. Links war ein Typ. Pass auf die Fenster da ab. Da wurde ich schon dreitausendmal gefühlt durchge... abgeknallt, Alter. Das war so assozial. Da ist einer. Kannst du mal neben dir Kopf schießen? Renate! Renate! War bei Gesand? Doch nicht. Ne, der ist rausgerannt auf den Hof. Ach, ich glaub hier irgendwas. Warte, ich muss rein, ich muss mich heilen. Hier, was hast du für ne Waffe? MPX. Achso. Wo ist der? Draußen, er ist noch rausgerannt. Aber nicht rausgehen. Geh nach oben jetzt, sofort. Du bist einfach Wade von Composible. Hahaha. Da unten läuft er, da unten läuft er noch! Der Flur! Das schießt doch! Oh Gott. Ich hab ihn schon gesehen. Oh mein Gott, du hast ihn einfach nicht gesehen. Ja, warte, können wir später reporten, den Typen. Oh Gott! Hallo! Da oben müsste erstmal alles clear, das ist richtig geil. Der Blutfleck. Wo kam der auf einmal her, Alter? Was ist der Tür? So, also rechte Tür, der rechte Tür geht's raus, linke Tür geht's rein. Ihr geht nach links rein. Warte, ich mach rechts einfach. Ich bin wirklich. Ja, sehr gut, sehr gut. Mach du. Ich bin wirklich dieser Typ aus. Impossible. Dwayne. Wo geht's dir? Nee, nee. In die linke Tür müsst ihr rein. Ja, da. Kaum noch Schuss. Aber du kannst die Tür nicht richtig öffnen, aber du kannst dich so dagegen lehnen. Also du kannst da so reinlaufen sozusagen. Du schiebst die Tür automatisch weg. Ja. Es hat sich angehört, als wär so ein Schicker losgegangen. Was ist das? Achso. Was ist das? Warum ist das? Das war so neblig auf meinem Schild. Was macht ihr? Das ist ne High-End, äh, wie heißt das? Sie sind hier. Oh mein Gott! Die da sind schon die 60, Alter! Sieht ja diese Drehung, Maja Mika. Das sah voll krass aus. Ich war ein Clip davon. Ey, ich war auch Clip davon. Ich seh nichts mehr. Die Umdrehung sah richtig krass aus, Papa. Ist das Schild kaputt? Welche Umdrehung sah krass aus? Der ist ja reflektiert. Nein, du hast dich so übelst umdreht. Ja, ich weiß. So? Ich seh nichts mehr. Mein Schild ist im Arsch. Okay, ich glaub rechts geht raus. Da könnt ihr mal raus. Also nur... Guck mal raus. Guck mal raus. Nur raus. Nicht raus rennen. Gehts da raus? Ja, na? Ja, dann mach wieder zu. Und lauf woanders lang. Lauf den Langgang mal entlang. Ich glaub da gings. Ja, zu mal. Weil wenn du auf dem Balkon stehst, da schließt ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich hab gesagt Fenster sind schlecht. Fenster sind schlecht. Bestimmt von der anderen Seite. Oh, ich seh ihn nicht mehr. Egal. Lauf einfach durch. Lauf einfach durch. Ah, da ist den. Schlippchen. Lauf einfach durch. Nein. Du stirbst noch an ihm. Ich schwör. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ach, es war ne Blume. Was? Ja, okay. Ich glaub ihr habt die Etage gecleared. Hier hinten ist noch ne Tür. Wo? Ich glaub ich erst mal so ein... Ich soll die weg von den Fenstern. Das ist so ein Ransch wieder. Das heißt, es wär grün. Ja, das hat irgendwie nur unterstehen. Ich glaub, ist die Tor nicht gejammt? Oh. Achso. Was war die falsche Tasse? Oh, pass auf. Da unten steht einer. Direkt unter dir. Der hat ne Waffe. Der hat ne Waffe. Ach, schieß ihn. Warte mal. Der hat ne Waffe. Ach, schieß ihn doch. Oh mein Gott. Toll gemacht. Was ist denn jetzt? Ich hab die Sagen weg, wo als Fenster. Was? Der hat mir Wasser gezogen. Was ist das? Tja. Wie hat er mich gehört? Das geht doch gar nicht. Hä, ich seh jetzt nur noch schwarzes Bild. Wieso geht die Tür nicht richtig auf? Ja, du musst zum nächsten Headcambeck. Egal. Egal. Seid ihr alt tot? Ja. Ach man. Ja. Ja.